Wooh! Geiler Song! Ausdrufezeichen Playlist in den Chat. Sehr geiler Songvorschlag. Der kommt auch direkt in die Playlist. Babatrack. Ähm, MCK, ich schick dir sofort den Code, und dann kannst du bei Level Up was bestellen für 50 Euro. Ich sauf mir jetzt ein. Was ist Steve-Ein-Ein? Entschuldigung. Ich hole mir jetzt ein Bier. Bier! Ich wünschte, ihr könnt mir auch ein Bier reinzimmern. Aber nie! Klaas Musik erstmal. Das macht Spaß. Das war grad ein Songvorschlag. Das war nicht ich, aber der Song war richtig geil. Wisst ihr, auch mal loslassen. Auch mal ein bisschen Party machen. Ja, ein bisschen Techno ballern. Ein bisschen den Drop fühlen. Bisschen Epilepsie, ne? Mit dem Strobo. Auch mal ein bisschen, wisst ihr, auch mal gehen lassen. Wie sagte einst Goethe? Spreiz deine Beine. Zeig die Fotze. Lass dich gehen. Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Goethe, wenn du das liest, sorry. Oh, ein Tis hier. Ja. Dinkel, Dinkelberg. Da hätte ich mir jetzt aber mal gedacht, wie du weißt, dass ich da rauskomme. Na gut. Ja, ja, keine Sorge Didi. Erinnert mich mal nach der Runde, dass die Gewinner ihren Code bekommen, sonst vergesse ich das. Zeit für einen Kampf. Dreh dich mal auf. Da fehlt aber noch das mit Krebs, glaube ich. Juhu. Dankeschön, Sven. Guck in die Vorschläge. Peter von Maddox, ich will den Beat. Jaja, das ist, den haben wir ja gerade gehört, Bro. Wuhu. Wedesprache der Güste. Das sind nicht die einzigen Güste, die solche, aber, aber kannst du mir mal glauben. Mdibo Bier kenn ich nicht. Boah, der Drop ist aber wirklich geil. Der beste Mod, mhm. Weiß ich nicht, Spaß. Der beste Mod ist immer noch Sonja. Gibt's... Gibt's... Kann man... Das Wort Mod gendern? Mh... M.. M.. Mdine? Mdine? Mod... Mdine? Metze. Mötze? Weiß ich nicht, Krieger, ob das jetzt Mötze der richtige Begriff ist. Weiß ich nicht. Also Mötze können wir, glaube ich, ausschließen. Oh, weiß ich nicht, ob du den Outgun jetzt kassieren hier musstest. Hm. Hm. Autsch. Nick, mein allergeil Jützer, liebster, bester, liebster Jützer, bester Nick. Moin. Was geht? Wie geht's dir jetzt? Wir kommen zum spontanen 4-2-Stunden-Stream. Bisher haben alle gute Laune. Mod innen, ja. Ja. Nee, also Mötze auf, wirklich auf... Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Nee, hast nichts verpasst. du, 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 du. Du, 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 du. Ist eigentlich okay, dass ich mit spiele? Ja, oder? Mötze, Digga, wie kommt man darauf? Weiß ich nicht, Schmier, ob das jetzt hier so dein Play ist, um mich zu holen. wirklich. Aber gut, sei dir gegönnt. Sei dir gegönnt. Schön offensiv gespielt. 1A. Wir bleiben drin. War nicht ernst gemeint, ich weiß, aber ich... Also, obvious. Aber es war lustig. Ja, Schmier, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Bo-Bo-Bo-Bo ist, hier mich so zu holen. Weiß ich nicht. Dann noch Bo-Bo-Bo hier reinschreiben. Weiß ich nicht. Moin, Dumme. Ja, ja, die ist wirklich... Also, Brennen ist unspielbar geworden, wie du gesehen hast. Wie geht's dir, Nick? Was machen Sachen? Ja. Jetzt haben wir nämlich hier ein Problemchen. Mit der Gasmonie gehst du Leute auf den Sack. In Solos bringt die gar nichts. Da bildet sich nur... Oh, oh. Oh, von Nickel, El Chabo. Was geht bei dir, Dumme? Was machen Sachen? Mach mal mit, 24er, oder? Hast du ja lange nicht mehr gemacht. Ist, ist ehrlich so, ne? Oh, 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 oha. Nein, an Brandmonie gestorben, noch nach dem Nerf. Ist das unangenehm. Ist das unangenehm. Ne, Dumme, finde ich scheiße, dass du kein Wo-Wars mehr spielst. Okay, Dinkel, Nils, Holgason. Ja, das war ja... Jan, kennst du die Ironie? Kennst du, kennst du? Einzelchat, kennst du? Wie viel Streamsignal willst du haben? Ja. Ja. Aber der war ja gerade kein Streamsniper. Welcher her kann man mit Level 3 spielen, die nicht ganz so kacke ist? Äh... Ich bin ganz erschrocken. Ähm... SCG hat man relativ früh, oder? Will nicht mehr über das Game reden. Boah, echt? Oh, aufs C4, schade. Haben wir den Stein-Command wieder, Chats? Haben wir, haben wir den Stein-Command wieder? Weil wir hatten mal, wir hatten mal einen Stein-Command. Mit dem, mit dem Stein-Kill aus dem Gulag. Aber der ist, ähm... Also, ausdrückte Zeichen, Stein geht, glaube ich, nicht mehr. Kann das, äh, gedribbelt werden? Ja, aber er hat sich ja gefragt mit Level 30. Oder warst du das gerade selber? Du darfst ja auch mit Brandmoney spielen. Ähm... Ich finde, meine Freundin wollte eigentlich saufen fahren, bei Kummels, aber ich trinke nichts. Und jetzt hat sich ihre Oma das Handgelenk gebrochen und ist jetzt mit ihr im Krankenhaus. Ah, Minus. Äh, gute Bär-Song an die Oma auf jeden Fall. Gute Bär-Song, mein bester Liebster. Ähm... Wir machen 24-Stunden-Stream hier gerade. Ja, schau mal, was mit dem Clip ist. Kann mir das Game fast nicht mehr anschauen. Bin nur wegen deiner süßen Visage hier. Ah! Ich kann es mir immer noch sehr gut anschauen, irgendwie. Also selbst, wenn ich nicht mehr spielen würde, würde ich mir das Game, glaube ich, anschauen. Oh! Nils! Mh! Nils, 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 Nils. Beiß ich nicht! Beiß ich nicht, Digga. Beiß ich nicht, muss das? Da, das ist der Clip. Gibt es den Command-Auslufe-Zeichen-Stein noch? Ähm... Jennifer Aniston mit einem frischen Sub am Start. Dankeschön für den frischen Sub. Danke für unfassbare... Was haben wir? 3.046 Subscriber. Haut einfach nochmal ein Herz in den Chat, Leute. Auch einfach mal gegenseitig so ein bisschen in den Schritt fassen, ein bisschen Liebe da lassen. Was denn? Wirklich dick Respekt an denjenigen, der es noch grindet. Naja, es ist so... Also, es ist für mich jetzt nicht so... Es ist für mich kein... Also, es ist für mich nicht so für dich, weißt du, was ich meine? Also, ich zwinge mich jetzt nicht, jeden Morgen das Spiel zu spielen. Sonst hätte ich jetzt auch keinen 24er gemacht, zum Beispiel. Ui! Stark, 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 stark. Äh, bei 2600. Ui! Ui! Needlezie mit 6 Kids! Pro Kid 3 Euro, wenn er die Runde gewinnt, Chat. Chat, kurze Frage. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, viele von euch spielen doch War so nicht mehr, ne? Aber zum Zuschauen, feiert ihr das noch oder auch nicht mehr? Für einen Schritt fassen bin ich da, ja. Ich glaube, das sind die meisten da, oder? Richtig krank, wie viele Stars am Start sind. Subscriber? Lieben wir. Lauter? Okay. Bin nur wegen Giveaways hier und wegen Gameplay, sag ich ehrlich. Sp, Delta, äh, JST. Danke für den Follow. Hast mich mit deinem Goethe-Zitat gefunden. Hä, 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 hä. Das darfst du auch wirklich keinem erzählen, Alter. Werd ich verhaftet. Aber danke für den Sub, Digga. Selt-Diesing will mehr als spielen. Wenn du bei Mails schaust. Unkorrekt. Bin nur wegen Chat hier. Einzel Chat, wenn ihr nur wegen, äh, wegen Chat hier seid. Weil alle hier in der Community so einen kleinen Schatten weghaben. Zuschauer mit Leib und Seele. Schau nur zu, weil ich Tornados sehen möchte. Boah, wären wir in Köln heute. Wir hätten so Tornados gezündet, Alter. Glaub mal. Oha. Mutig aber. Schade, Bro. Bin nur wegen Sonja da. Bin nur hier beim viel so guten Mod loszuholen. Warte, was? Bin nur für die Musik zuständig. Ja, ich merke das schon gerade. Ja, Wo ist uns zwei? Dumme. Nächstes Jahr Wo ist uns zwei? Da sehe ich uns. Weißt du, Brandon Hart ja, normal. Watt, Wattenschatten? Ja, warum Kappa jetzt? Glaubst du nicht, Wo ist uns zwei? Wird geil. Wenn du hier falls endlich mal gucken kannst. Ah. Also nicht mehr da. Da ist kein Spaß mehr zuzuschauen. Chillen wir momentan bei Kai. Oh. Kai Ehrenmann, Alter. Kai Ehrenmann. Oh, das ist ein sehr guter Song, der gerade vorgeschlagen wird. Oh, da, 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 da ist er, da, 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 da. Ey. Nein, was? Nein, Needles. Oh mein Gott. Scheiße. Bro. Von so einem wurdest du geknallt. Mh. Nein. Bro, er hat Garsten mit Brahmini gespielt. Kai hat heute Freie. Kai ist ein geiler Typ, Alter. Ich hoffe, ich hoffe, er wird auch mal mehr Zuschauer haben. Dass er aus diesem ersten, dass er aus diesem ersten Ding rauskommt. Also gönne ich Kai. Freue mich, dass es dir gefällt, da, ähm, beim Stream. Schade, GGs. Ja, Bro, ich weiß nicht, was da jetzt gerade los war. Aber du hast, hast du keinen Aim Assist oder so? Einzelnen Chat, wenn ihr es gefeiert habt, dumme und mich spielen zu sehen, Chat. Einmal eine einzelne Chat. Mh, 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 mhm, mh, 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 mh? Ja, ich weiß, dass das ein Song ist, Prinzessin. Dome in Runde 4 dabei, imagine. Du rapst so hart unsympathisch. Nee, er ist auch ein guter Spieler hier, der Leroy. Nein, du Skitter, schwierige Nummer. Ja, mit dem M ist das immer eklisch, Alter. Noch und nöcher. Immer nur ganz kleine Steps. Oh, noch ein Raptor im Chat. Moin, was geht's? Und Luca im neunten Monat. Mit Twitch Prime, Alter. Ich küsse auf dein Herz. Danke für den neunten. Ey, ja, Ausdruckzeichen brennt in den Chat. So spielt man jetzt. Vielen, vielen Dank für den neunten Monat-Chat. Gönnt alle mal einen Ausdruck, einen Hype und einen Ausdruckzeichen Resub in den Chat. Willkommen zurück, mein Besser, wie es der Besser. Oh, du hast Konsole gespielt. Dafür hast du stabil gespielt, Bro. Gute Shots gehabt, gute Shots gehabt. Glaubt ihr, der gewinnt das? Döp, 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 döp. Boah, ihr habt geile Musik gerade. Wirklich. Auch mal, auch mal Claps an den Chat, Alter. Oh, schade. Nein, er wird auch geholt. Safe Rewive. Kauf dir noch ne Gasmaske. Ah, okay. Oh, nein. Von Dinkel-Mondgesicht. Wie viel Kills hat Mondgesicht, Chen? Sieben Kills. Das wären 21 Euro, Chen. Das wäre 21 Euro. Was? Die brennen noch alt, glaube ich. Was macht der? Einzelne Chat, wenn du ein Mondgesicht hast, hier als Gewinn-Chat. Was glaubt ihr? Gerade fast gekotzt übrigens. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Nee, du kannst bei Wetten mitmachen, Captain. Dann kannst du ein paar Songs irgendwann vorschlagen. Ausnutzeichen brennen in den Chat. SVG, danke für den Follow. Oh ja, da habe ich auch was gesehen. Ja, ich bin gerade wirklich fast gestorben. Boah, 21 Euro würde ich mir persönlich schmecken lassen, Chat. Oh, er hat ja so eine geile Zone. Holy shit. Oh ja. Oh ja. Oh ja, gar kein Recoil, aber... Nein, aber man muss nachladen. Ist mir 30, was so. Oi! Oh. Hallo, healen? Wir sind alle rein mit den Weinen. Da sind wir dabei. Oh ja, macht er gut. Macht er gut. Oh, da kommt der Nächste. Da kommt der Nächste. Macht er so gut. Denke im Mondgesicht. Nein. Oh mein Gott. Drei Gegner noch. Das spielt er so gut. Macht er gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. 27 Euro, wenn er den Bums jetzt hier mit nach Hause nimmt. Würde ich mir schmecken lassen, Chat, die 27 Euro. Zwei Gegner noch. 16 Leute schauen zu. Neben dem Stream ungefähr 700 noch. Macht ihr überhaupt gar keinen Stress, Bro. Ein Kill macht er noch. Denke im Mondgesicht soll das Ding bitte gewinnen. Oh, down, down, down. Ah. Bitte nein, er sieht ihn nicht. Nein. Oh mein Gott. 80er FOV. Ich glaube, er spielt 80er FOV. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den Gegner gesehen, Chat? Ich bin noch nicht tot. Ich glaube, er spielt 80er FOV. Macht er gut. Macht er gut. Letzter Key. Eins gegen eins. Komm. Let's go. Herzlichen Glückwunsch. Mondgesicht. Mit dem 10 Killwin und 30 Euro. Wuhu. Let's go. GG's. Sehr, sehr geil. GG's. GG's. Mondgesicht. Hey, 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 hey. Oh, oh. Ich könnte chillen in einem Blast in Berlin. Aber warum? Ich bleib lieber hier. In einem Loch könnte ich alles verlieren. Deshalb bleib ich bei dir.